Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Outlast. Wieder dabei, der Magnus. Wir machen das da zusammen. Guter! Und diesmal zockt er. Und wir sind jetzt, glaube ich, an der Stelle, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, im Schrank. Und hoffen nicht zu sterben. Naja, auf jeden Fall, Mann. Dann legen wir mal los. Let the games beginn. Ja. Und er sauer. Ja, mach einfach mal. Okay, da kommt der Spaß hier schon. Kann ich auch so spähen? Ich glaube nicht. Wieder recht Maustaste? Ich weiß nicht, was geht. Achso, ja, geht da. Komm mal. Einfach warten, bis der Typ draußen ist. Und dann einfach verziehen. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Zum Generator, oder? Ich glaube, wir müssen zum Generator. Hallo. Ich weiß nicht, wie wir das letzte Part schon gesehen haben, aber da. Geh nach links. Du spaßt hier. Ich sage, der geht nach links. Okay, der geht nach links. Warte mehr erstmal. Ja, ja. Sicher ist nicht schön. Okay. Also, ja, ich gehe. Und jetzt direkt nach rechts rennen. Lauf! Und dann machen wir es in Nachtsicht. Ah, ne, okay. Da geht es noch runter. Nachtsicht ist F. Ja, genau. F. Ja, ja. Ich mache keine Minuten. Und direkt durch die Wand durch, damit der Leine nicht abfällt. Ich verpeine nicht, dass wir da verreckt sind, ne? Ja. Wir sind wirklich. Erstmal, ich will Nachtsicht anmachen. Ja, wir werden es gut. Warte! What the fuck? Wer hat das gerade gesagt? Hmm. Hopp! Was muss ich denn jetzt machen? Kann ich hier denn? Schalte die beiden Gaspommern an, wenn ich... Bitte die. Geh, ich glaube, ich weiß sogar noch, wo die sind. Am besten hier ist... Genau, geh mal da geradeaus. Ja, weil da immer die Treppe hoch. Ich glaube, das... Genau noch. Oder da, egal. Ja, ist... Einfach draufhauen, und dann würde ich direkt nach links auf den anderen Generator. Lauf. Du kannst hier irgendwie schließen, Arsch. Ah, nee. Das war ziemlich dumm. Geh unter das Bett. Geh unter das Bett. Geh unter das Bett. Geh unter das Bett. Den Ge-Masters, ne? Und mach die Nachtsicht auf. Ich trau' dem nicht. Ich trau' dem auch nicht. Scheiße. Ich vermöte ihn mal aus. Wir merken es ja, wenn... Die Tür war... Geh unter das Bett, geh unter das Bett, geh unter das Bett, fuck, 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 fuck. Boah, scheiße, Mann. Boah, wie das genau? Hä? Macht der die jetzt aus? Ne, glaube ich nicht. Nee, der... Der macht es nicht aus. Nein. Der geht nicht unter das Bett gucken. Hmmmm. Oh, fuck. Oh, scheiße, ich dachte schon. Fuck, ich dachte, geht es nur unter das Bett gucken. Okay, ich glaube, du kannst jetzt rausgehen. Du musst du weg sein. Wo sind wir jetzt hin? ich weiß es nicht ich bin auch ein Forrest wer bist du denn? ist hier ein Bett ah da sind aber die Ding guck drauf jetzt gehen wir so einen Schrank, man scheiße man, wo ist der? ist er das? ich denke, das ist der okay, gut nein, scheiße, der guckt in den Schränken nach nein nein, bitte nicht bloß nicht bei uns aber keine Miete, Gott sei ist das jetzt hier draußen? ne, ich würde es nicht ja, ja, na schon fuck, alter und go mach nur Nachtsicht an, damit du siehst, wo du bist ich würde jetzt einfach direkt wieder zurücklaufen ich glaube, wir müssen noch zu dem da, wo der Typ da hinten wo der Typ reinkam da ist der jetzt wahrscheinlich wieder wahrscheinlich aber wir müssen es rauskieren reload mal die Batterie, das ist das Beste mit R mit R fuck irgendwann habe ich dich gesehen what the fuck, da fuck lauf, renn, renn geh zurück, geh zurück, geh zurück am besten ja genau, da lang, da lang und jetzt noch links fuck oh, da ist der oh, da ist der oh, das war knapp, man wie du gerade nachgeladen hast und dann kommt boah scheiße leck mich okay, die wieder zurück ich glaube, der hat ja nimmt der permanent mit 60 FPS auf wow wow warte so wo sind wir denn? was ist das denn? warum ist der da? die effectively das wird ziemlich blöd ÁL Qo panel das ist ein Generator das macht Lunch es ist ein bisschen mehr Wer ist da? Scheiße, schon wieder. Wir müssen den erst ganz woanders hinlaufen lassen und dann durch diese Tür nach links. Er geht aber nie weiter als damals. Ganz schon agil, der junge Mann. Dafür sieht er aber scheiße aus. Also für die, die es jetzt irgendwie verpeilt haben, weil das ist ja schon eine ganze Woche her. Wir müssen, also dieser komische Priester, der hat jetzt in den letzten Part das Licht ausgeschaltet, also den Generator. Und den müssen wir jetzt glaube ich wieder anschalten. Was ist das denn für ein Typ, man? Was sieht der? Lauf, fuck, fuck. Hä? Ist das irgendwie ein Mutant? Sieht auf jeden Fall nicht mehr ganz männlich aus der Tür, abgesehen davon wie er läuft. Wir müssen einfach... Boah. Da, fuck. So Leute, wir machen hier mal Schluss, na Scherz. Ja. Noch paar Minuten. Paar Minuten haben wir noch in ein Scherz. Also, ja, so ungefähr. Wir haben es ja schon gefördert. Ja. 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 Oh, wirst du schon mal, äh, wirst schon in dem neuen, ähm, X-Men? Ne. Der ist so Hammer. Ist der echt geil? Naja. Ich war hier letztens in dem Spider-Man-Dingens. Amazing Spider-Man 2. War ganz okay. Chillig. Hast du die, äh, anderen, ähm, X-Men gesehen? Äh, ich hab nur den... Also, ich hab die immer so teilweise gesehen. Ich weiß nicht, was da... Was ist das denn für ein Tim, Mann? Ich hab die überhaupt nicht gesehen, Alter. Ja, auch nicht. Hä? Juni, ich hab die nicht gesehen. Versteh ich gar nicht. Soll ich probieren? Hä? Soll ich mal kurz probieren? Ja, ja. Ich kann ja mal wechseln. Ja, komm. Ach so, ja. Wo war ich denn hier? Ups. Ich probier's mal. Super. Wie ist der da jetzt nirgends? Das wär richtig für'n Arsch. Batterie. Der Welt. Und in den Schrank. Direkt in den Schrank. Weil hier. Am liebsten vielleicht georben. Lass uns hören. Ich glaub, ich geh mal kurz in die Anstellung. Mach mal die... Den In-Game-Sound ein bisschen lauter. Da steckt in den Schrank. Ich glaub, ich kann hier ganz geflogen was rausgehen. Ich hab jetzt nur Schiss, hier raus zu gehen Ah, genau, rennen, rennen Was ist das hier? Batterie? Ja Man, das geht mir schon wieder zu weit, ich weiß nicht, was hier abgeht Wer weckt? Direkt erstmal trösten Es sind wieder sechs Batterien, das weiß ich schon mal gar nicht schlecht Dann ist irgendwas dran Jetzt würde ich mich erstmal verstecken, meine Fuck, fuck, das war eine Scheißidee gerade Ja, verstecken wir uns hier Ja, das glaube ich ganz gut Da kommt doch schon nicht, ich hab's, ich weiß es genau Oder? Hä? Verweilen wir da erstmal ein bisschen Fuck, Mann, ey, Alter Doch, doch Das ist so behindert What the fuck Warum immer, wenn wir gerade an die Tür gehen? Warum? Verweck mich, Alter Du gehst nicht hier ran Du gehst hier nicht 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 ran Verpiss dich, bitte, verpiss dich Come on Bist du noch da? Ich denke mal Fuck, das ist so scheiße, dass man nicht weiß, ob der noch da ist Ich glaube, ich kann jetzt wieder gehen, oder? Ja, genau, geh mal raus Sieht schon mal nicht schlecht aus Wenn es von da ist er gekommen, dann Ja, genau, geh mal Fuck it Fuck it Was ist hier noch? Egal Ach, ne Genau Der sieht mich nicht, der sieht mich nicht Und hier ist kein Schrank, oder? Hier ist echt kein Schrank Obwohl Wett, wett War perfekt, Mann Boah, wir uns hier durchsneaken hier Voll scheiße Ah, perfekt, genau Oh Der hat der Nein Scheiße Lauf Okay, spiel weiter Du musst jetzt glaube ich nur noch diesen Generator in der Mitte aktivieren, oder? Genau Mach Tu es Scheiße, Mann Ah, Mann Was ist denn der? Geh einfach nie mit, du Rays einfach durch und verpiss dich wieder Wie kann ich nicht Licht Mach das Scheiße Okay, wir müssen zurück wieder Ich glaube, wir brauchen keine Nachtsicht mehr, oder? Ja Trotzdem lade ich gerade mal nach, oder habe ich nachgedacht? Puh Äh, ja, wo geht's denn jetzt hier raus? Da Genau Wieso ständen der so? Hoffentlich ist der Fette nicht da Vielleicht, weil der so Leute, was müssen wir jetzt machen? Ähm, ich glaube, wir müssen wieder in das Punkt Kehre zum Sicherheitstermal zurück Wo ist denn das? Ah, da, wo wir den Typ mit der Überwachungskamera gesehen haben, weißt? Nee Wo der, über die Überwachungskamera, wo der Priester Das, wo wir am Anfang gestartet sind Dann weiß ich schon gar nicht mehr Also hier nicht, ne? Nee, da links Da links, wo wir gestartet sind Achso, ja, ja, da, wo wir das gesehen haben, genau, genau Hey, lie Und jetzt, wer ist, wer ist sie? Enkel Master ist da Was zur Hölle Was zur Hölle Was? Ich bin sorry, mein Somme Ich wollte das nicht mehr tun, aber du kannst nicht mehr gehen Nicht yet Er ist eine kranker Somme, man Was macht ihr? Kannst du, unser Herr, der Wallrider, taillern seine Wahrheit in den Ungerechtigern? Peronomelektiviert Ja Ja Alter, was ist das? Wallrider Was? Bloodscreen Hm? Boah, wie lecker am Arsch ist das her? Ah, leg mit Dormorsch Ah, schick, schick Schöne Zelle Schön kreuzern die Wand mal, ne? Ich glaube, wir bleiben hier in der Zelle Ja, ich meine Das ist immer ganz schön hier drin Sinnvollste Ich würde sagen, hier sind wir sicher, ne? Sie doch ganz gut, gemütlich aus Ostern Bett Ja, ja Natürlich Ja, okay Auf jeden Fall würde ich sagen, wir machen hier für den Part Schluss, oder? Genau, haut rein, Leute Genau, und wir sehen uns dann Beim nächsten Mal Bestände Oh mein Gott, war das gerade auch scheiße, man